Sie sind auf der Suche nach einer Lösung, um kleine und mittlere Losgrößen bis hin zu Einzelaufträgen flexibel und wirtschaftlich fertigen zu können? Mit unserer Kombination aus der kostengünstigen und stabilen Universalmaschine G350-Access in Kombination mit dem kompakten Palettenspeichersystem PSSR-Lite bieten wir Ihnen die optimale Lösung dafür. Der PSSR-Lite hat eine Kapazität von maximal acht Paletten mit einer Größe von 400 x 400 Millimetern und kann Werkstücke mit bis zu 220 Kilogramm handeln. Die Steuerung ist sehr intuitiv und komplett in der Maschinensteuerung integriert. Optional kann sie auch mit der Crop4 Automation-Lite-Steuerung erweitert werden. Diese Zelle ist jederzeit schnell und unkompliziert nachrüstbar und versetzt Sie in die Lage, Ihre Nebenzeiten zu reduzieren, Hauptzeiten zu erhöhen und dadurch die Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage signifikant zu steigern. So können Werkstücke hauptzeitparallel gespannt werden und zum Beispiel bei der vorliegenden Variante mit acht Paletten bereits bei einer durchschnittlichen Laufzeit von einer halben Stunde vier Stunden lang, also eine halbe mannlose Schicht, bearbeitet werden. Auch verschiedene Teiletypen lassen sich so automatisch sukzessive fertig. Dank der horizontalen Spindel und der runden Front hat der Bediener zudem jederzeit einen hervorragenden Einblick in den Arbeitsraum. Das vielfach bewährte und einzigartige Achskonzept des G-Moduls erlaubt die komplette Erarbeitung von Werkstücken von bis zu 720 Millimetern im Durchmesser und 610 Millimeter in der Höhe und das vollkommen unabhängig von der Werkzeuglänge. Standardmäßig besitzt die G-350 Access bereits das schlanke und innovative Pro4Pilot Bedienpult. Unser bewährtes und zuverlässiges Pickup-Magazin bietet Platz für 40 bis 100 Werkzeuge mit der Aufnahme HSK 63 und einer maximalen Länge von 365 Millimeter. Die G-350 Access zeichnet sich durch einen extrem stabilen Achsaufbau aus, wodurch ein hohes Zeitspannvolumen realisiert werden kann. Der große Schwenkbereich in Verbindung mit dem schlanken Spindelaufbau bietet beste Zugänglichkeit am Werkstück. Dadurch können in vielen Fällen teure Aufspannungen eingespart werden. Auch das Arbeiten mit kurzen Werkzeugen ist somit möglich. Damit lassen Sie die Schwingungen erheblich verringern. Der Vorteil für Sie höhere Vorschübe und am Ende kürzere Bearbeitungszeiten bei besseren Werkzeugstandzeiten. Die hervorragende Späneentsorgung sorgt dafür, dass Werkstück, Spannvorrichtung und Palette sauber bleiben und diese auch sauber aus der Maschine kommen, was eine höhere Prozesssicherheit insgesamt und weniger Reinigungsaufwand für den Bediener bedeuten. Unsere hohe Fertigungstiefe entlang der gesamten Wertschöpfungskette garantiert für Sie als Kunde der Grobwerke keine Kompromisse bei der Qualität der Anlagen, höchste Zuverlässigkeit bei Lieferung und stetige Verfügbarkeit an Ersatzteilen. Um dem hohen Grobqualitätsanspruch gerecht zu werden, muss Sie sich die G-350 Access zuerst in der hauseigenen Fertigung beweisen. Diesen Test hat Sie mit Bravour bestanden und somit können wir Ihnen ein ausgereiftes Produkt präsentieren. Die G-350 Access mit dem PSR Lite als Komplettlösung aus einer Hand ist der optimale Einstieg für Sie, zum Beispiel als Lohnfertiger oder Zulieferer, in die automatisierte Fertigung. Sie erhalten damit eine hochflexible Zelle, die sich hervorragend eignet, um kleine und mittlere Losgrößen bis hin zu einzuteilen, wirtschaftlich zu verdicken. Überzeugen Sie sich selbst. Wir sind für Sie da.